Ho 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 und herzlich willkommen zur letzten Lektion zur Didaktik der Geometrie in diesem Jahr. Ich nehme dieses Video am 4. Adventssonntag auf, da dachte ich, ich mache es uns heute mal so richtig weihnachtlich. Zu den Inhalten. Heute wird es zunächst um die Trigonometrie gehen. Wozu ist die gut? Wie führt man Sinus und Co ein? Was sind die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungen? Und wie sehen mit Blick auf die Zentralmatura Verbindlichkeiten und Freiräume aus? Wir verlassen dann endgültig die Elementargeometrie, wenn wir uns den Vektoren als zentralen Objektbegriff der analytischen Geometrie zuwenden. Weil der Begriff so zentral ist, geht es heute auch nur um diesen bzw. dessen Einführung. Analytische Geometrie mit Vektoren schauen wir uns dann erst im neuen Jahr an. Wir beginnen aber zunächst mit der Trigonometrie. Wo liegt die Bedeutung der Trigonometrie und wie hängt sie mit anderen Inhalten zusammen? Ich folge hier Andreas Filler, der die Frage strukturiert nach globalen Ideen behandelt. Da ist zunächst die Idee Raum und Form. Mit den Konkurrenzsätzen hatten wir Regeln an die Hand bekommen, um Dreiecke aus bestimmten Winkel- oder Längenangaben bzw. Winkel- und Längenangaben konstruieren zu können. Haben wir zum Beispiel Winkelseite Winkel, wissen wir, dass auch die anderen beiden Seitenlängen festliegen müssen. Einfach berechnen können wir die fehlende Länge aber bislang nicht oder nur in sehr ausgewählten Spezialfällen mit dem Satz von Pythagoras. Aufgrund der Ähnlichkeit wissen wir außerdem, dass in Dreiecken, in denen alle Winkelgrößen übereinstimmen, zwingend auch alle Seitenverhältnisse übereinstimmen. Das wird dann die Basis dafür, Sinus, Cosinus und Tangens als Seitenverhältnisse im rechtwinkligen Dreieck zu bestimmen. Meist werden die Winkelfunktionen dann auch noch dazu benutzt, um das Bogenmaß für Winkelgrößen einzuführen, wodurch die Winkel dann auch noch mit der Kreisberechnung zusammenhängen. Schon der Name Trigonometrie weist darauf hin, dass hier etwas vermessen werden soll, wobei Messen hier dann vor allem Berechnen meint. Beziehungsweise werden wir auch beim praktischen Messen deutlich flexibler. Wo sich Winkel leichter messen lassen als Längen, und das ist im Gelände oft so, können wir jetzt auf einige Längenmessungen zugunsten von Winkelmessungen verzichten. Das hat generell wichtige Anwendungen in der Landvermessung und traditionell auch in der Navigation. Und das war auch historisch eine wesentliche Motivation für die Beschäftigung mit Trigonometrie. Schließlich gewinnt man in der Schulmathematik mit den trigonometrischen Funktionen eine weitere wichtige Klasse von Modellen, die sich zur Beschreibung zahlreicher, eben periodischer Vorgänge eignet. Das ist aber eher ein Thema für die Didaktik der Analysis, ebenso wie der Steigungswinkel linearer Funktion. Kommen wir zur Einführung der Winkelfunktionen. Die meisten Schulbücher führen Sinus, Cosinus und Tangens zunächst am rechtwinkligen Dreieck ein. Begonnen wird dabei in der Regel so wie hier im Buch links, also mit dem Sinus. Seltener wird wie im Buch rechts mit dem Tangens angefangen, obwohl dieser mit dem Zusammenhang von prozentualer Steigung und Steigungswinkel eine sehr natürliche, relevante Anwendung hat. Man kann auch direkt mit dem Sinus im Einheitskreis anfangen, wie es dieses mittlere Schulbuch tut. Das hat den Vorteil, dass man sofort für alle Winkel zwischen 0 und 360 Grad einen Sinus festlegen kann. Es hat aber auch einige Nachteile, über die Sie sich in der Pflichtlektüre kundig machen sollen. Wir machen hier zunächst einen kleinen Schlenker. Wie kann man die Winkelfunktion möglichst genetisch entwickeln? Einen recht aufwendigen Weg hat Alexander Israel Wittenberg vorgeschlagen. Er geht von der Erfahrung der Lernenden aus, dass Dreiecke mit zwei gleichgroßen Winkeln aufgrund der Winkelsumme und der Ähnlichkeit auch in allen anderen Seitenverhältnissen übereinstimmen müssen. Wüsste man jetzt, wie die beiden anderen Seitenlängen für je zwei vorgegebene Winkel bei einem Dreieck zum Beispiel mit der Seitenlänge 1 aussehen, könnte man also über die Seitenverhältnisse auch bei Dreiecken mit anderen Seiten hochrechnen, wie jeweils die zwei anderen fehlenden Seitenlängen aussehen. Anstelle des Sinus und Cosinus als Winkelfunktionen würden wir hier eine Tabelle erhalten, wo jeweils zwei Winkeln zwei Seitenlängen zugeordnet sind. Zum echten Sinus kommt man dann, wenn man eben neben der Seitenlänge 1 auch noch einen der beiden Winkel mit 90 Grad festlegt, dann hängt das Ganze ja nur noch von einer Winkelgröße ab. Das erfasst dann zwar nur noch rechtwinklige Dreiecke, aber da man andere Dreiecke ziemlich leicht in rechtwinklige zerlegen kann, ist das kein wirklich gravierender Nachteil. Die Idee, Winkelfunktionen für rechte Winkel und nicht für allgemeine Winkel festzulegen, verdanken wir in der Tat erst islamischen Gelehrten des Mittelalters. In der griechischen Mathematik der Antike hatte man hingegen Tabellen für Sehnenlängen von gleichschenkligen Dreiecken, die in den Kreis einbeschrieben waren, angelegt. Die Winkelfunktion heißt dann Chorda, was für Seite steht. Es besteht zwar ein enger Zusammenhang zum Sinus, den sehen Sie da auf der Folie, trotzdem tut man sich doch leichter, wenn man direkt mit rechtwinkligen Dreiecken statt mit gleichschenkligen als Basisfiguren arbeitet. Jetzt höre ich Sie schon wieder sagen, wäre nett, aber so viel Zeit, das alles zu erzählen, haben wir in der Klasse dann später nicht. Wie kann also ein entdeckender Einstieg in einer normalen Schulklasse aussehen? Dazu ist nicht so arg viel Kreativität gefragt. Man wird Seitenlängen bzw. Verhältnisse in rechtwinkligen Dreiecken mit unterschiedlichen Winkeln und Seitenlängen durch die Schüler messen lassen. Und wenn man gescheit ist, variiert man die Seitenlängen und die Winkelgrößen nicht einfach irgendwie, sondern gemäß dem operativen Prinzip ganz gezielt, wie Sie das hier auf der Folie sehen. Und wenn man die Kids etwas entdecken und gleichzeitig auch noch miteinander kommunizieren lassen will, ist es nahezu aufgelegt, das Ganze arbeitsteilig zu organisieren, etwa als so ein Gruppenpuzzle entsprechend der blauen Buchstaben und Ziffern hier auf der Folie. Jede einzelne Lernende bzw. jeder einzelne Lernende muss dann nur ein oder zwei Dreiecke konstruieren und nachmessen und vergleicht dann A mit Lernenden, die dieselben Winkel, aber andere Hypotenusenlängen hatten und B mit Lernenden, die dieselben Hypotenusenlängen aber andere Winkel hatten. Wenn alle ordentlich konstruiert haben, sollte bei gleichem Winkel und gleicher Hypotenusenlänge dann auch die anderen Seiten übereinstimmen. Nona. Verändert man die Hypotenusenlänge, dann sollten zumindest noch die Seitenverhältnisse annähernd übereinstimmen, ganz genau vielleicht nicht, weil je größer man das zeichnet, je besser lässt sich das ja auch messen. Und schließlich, zu jedem Winkel gehören unterschiedliche Seitenlängen bzw. unterschiedliche Seitenverhältnisse. Das motiviert dann schließlich, diesen Seitenverhältnissen Namen zu geben, nämlich genau Sinus, Cosinus und Tangens. Es ist jetzt aber etwas ungenau zu behaupten, wir könnten ab jetzt mit Sinus, Cosinus und Tangens Seitenlängen berechnen. Unser Taschenrechner mag das können, aber woher die Zahlen kommen, die aus dem Taschenrechner herauskommen, ist völlig unklar. Für ganz wenige Spezialfälle, nämlich genau die, die Sie hier auf der Folie sehen, können wir mit dem Satz von Pythagoras die entsprechenden Seitenverhältnisse tatsächlich berechnen. Naja, wieder vorausgesetzt, wir wissen, wie man Wurzeln sieht. Bei den restlichen Werten können wir uns vorstellen, dass da jemand sehr große Dreiecke sehr genau konstruiert hat und danach gemessen hat und das dann quasi in so eine Tabelle oder eine Datenbank eingetippt hat, aus der wir bei Bedarf die Werte jetzt wieder herausholen. Und lange Zeit hat man dafür ja auch wirklich Tabellen benutzt. Erst seit Newton weiß man, wie man die Werte von Sinus und Cosinus über unendliche Reihen berechnet. Der Zusammenhang zum Einheitskreis und der Reihenentwicklung der Eulerschen Zahl wird dabei vor allem dann klar, wenn man den Radius als eine komplexe Zahl auffasst. Das ist aber eher kein Thema für die Schule, sondern für die Vorlesung Analyse 1. Wenn Sie das schon kennen, können Sie sich jetzt freuen und wenn noch nicht, dann freuen Sie sich darauf, wenn es dann in der Analyse 1 hoffentlich ordentlich erklärt wird. Für die schultypischen Anwendungen kann man mit Andreas Filler in etwa folgende Stufenfolge erkennen. Zunächst werden die Funktionen, beziehungsweise manchmal auch ihre Umkehrungen, wenn man nämlich Winkel bestimmen soll, direkt im rechtwinkligen Dreieck eingesetzt. Wenn Sie da außer mathematische Kontexte haben wollen, so wie in der Aufgabe, sollte es im Kontext jeweils klar sein, warum man da bestimmte Größen, also bestimmte Winkel und Längen messen kann und warum andere zu berechnen sind. Also am besten ist das immer so, dass das zu berechnen ist, was irgendwie als nicht leicht oder überhaupt nicht messbar angesehen wird. Bei diesem Leuchtturmbeispiel erscheint das auch halbwegs logisch. Die Erdkrümmung sollte man bei den Entfernungen, die hier im Spiel sind, auch wohl eher weitgehend vernachlässigen dürfen. Gut, innermathematische Anwendungen sind nicht weniger wichtig. Sie gehen einfach nochmal zurück ins Haus der Vierecke und schauen, was man jetzt so alles berechnen kann. Ist halt auch wieder eigentlich aufgelegt, das zu tun. Unbedingt sollte man thematisieren, dass Winkelfunktionen zwar in rechtwinkligen Dreiecken definiert wurden, man erweitert sie dann nachher irgendwann noch auf den Einheitskreis, aber das ist jetzt nicht das Thema, also dass sie in rechtwinkligen Dreiecken definiert wurden, dass aber schon die Winkelfunktionen in rechtwinkligen Dreiecken die Basis dafür sind, beliebige Dreiecke auflösen zu können, weil man beliebige Dreiecke eben in rechtwinklige Dreiecke aufteilen kann. Der Sinus- und Kosinussatz sind dabei im Grunde nichts anderes als Lösungen der allgemeinen Berechnungsprobleme. Das wird auf dieser Folie auch ganz schön deutlich, wo das spezielle und das allgemeine Berechnungsproblem einfach nebeneinander dargestellt sind. Diese Beweise, die ja im Grunde genommen nur nochmal dasselbe Rechnen mit Variablen sind, gehören daher auch unbedingt in den Unterricht zur Trigonometrie. Selbst dann, wenn ihnen im Anschluss automatisierte Fähigkeiten zum Auflösen allgemeiner Dreiecke nicht mehr so wichtig sein sollen. Das ganze Thema Trigonometrie wird einfach nicht abgerundet, wenn wir nicht unser ursprünglich motivierendes Problem klären, wie wir alle Dreiecke berechnen können. Hinsichtlich der Anwendung sind schließlich noch solche zu erwähnen, wo die zu berechnenden Dreiecke im Raum liegen. Dabei sind dann eben unterschiedlich stark strukturierende Hälften denkbar. Im ersten Beispiel ist hier noch sehr viel geholfen, im zweiten muss man schon sehr viel mehr nachdenken. Sinus und Kosinuss als Funktionen sind dann auch im Sinne der Zentralmatura nochmal ein ganz eigenes Thema. Hier sollte man jedenfalls den Zusammenhang von Sinus- bzw. Kosinus-Funktionen und Längen am Einheitskreis nochmal ins Gedächtnis rufen. Das geht mit DGS auch sehr gut. Apropos Zentralmatura. Was erwartet dort derzeit die Lernenden an Kompetenzerwartungen? Offen gesagt eher wenig. Man muss die Definition von Sinus, Kosinus, Tangents am rechtwinkligen Dreieck kennen und Aufgaben lösen können, wo etwas mit rechtwinkligen Dreiecken berechnet werden kann. Da kann es auch mal vorkommen, dass man ein gleichschenkliches Dreieck ohne eingezeichnete Höhe dazu bekommt. Aber Sinus- und Kosinussatz als solche oder aufwendige Vermessungsaufgaben sind von vornherein ausgeschlossen. Ein paar Beispiele dazu gebe ich Ihnen auch noch in die Übung. Hier will ich nur darauf hinweisen, ja, Sie sollen die Lernenden gut auf die Matura vorbereiten. Es ist aber grundsätzlich keine gute Idee, punktgenau nur Beispiele reinzupauken, die die Grundkompetenzen versuchen direkt anzusprechen. Die Schöpfer der Zentralmatura, wie meine ehemaligen Kollegen Roland Fischer und Werner Pesek, sehen hier lediglich Verbindlichkeiten fixiert. Was sollen alle am Ende der 12. Schulstufe einigermaßen sicher beherrschen? Damit ist aber noch wenig dazu gesagt, wie man dieses Wissen erwirbt. Und besser über Verbindlichkeiten Bescheid zu wissen, soll nach Vorstellung der Väter der Zentralmatura eben auch Freiräume dafür schaffen, dass sie individuelle Schwerpunkte setzen können. In der Trigonometrie kann das etwa ganz praktisch Land vermessen heißen, bis hin zum Basteln der entsprechenden Messgeräte und das kann eine sehr lehrreiche Erfahrung sein. Das bietet sich unter anderem dann an, wenn Sie auch noch Geografie als zweites Fach haben und wenn Sie sich gut mit Lehrpersonen für technisches Werken verstehen oder eben selbst eine passionierte Heimwerkerin sein sollten. Hobby- und berufliche Historikerinnen könnten sich anschauen, wie es bereits in der Antike mithilfe trigonometrischer Überlegungen möglich war, eine Abschätzung für die Entfernung der Erde zum Mond zu bestimmen. Auch da gibt es, ähnlich wie bei dem ersten Thema, ganz gut ausgearbeitete Materialien für den Unterrichtseinsatz, die Sie unter den jeweiligen Quellenangaben finden. Und jetzt habe ich erstmal etwas Freiraum. Sie machen den Zwischentest und dann geht es weiter mit den Vektoren. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre erste Vorlesung zur linearen Algebra. Unter Umständen haben Sie die Vektoren dort nicht wirklich wiedererkannt. Ihre dunkle Erinnerung aus der 9. und 10. Klasse, dass es dabei irgendwie um Pfeile geht, prallte unter Umständen auf ein gänzlich anderes, weil formales Begriffsverständnis. Vektor kann an der Uni alles sein, was bestimmten Rechengesetzen, nämlich den Axiomen, gehorcht. Neben Datensätzen, Listen bzw. Zahlentupeln kann das aber eine ganze Menge sein. Zum Beispiel kann man auch über allen linearen Funktionen oder über allen reellen Polynomen und letztlich auch über den komplexen oder über den rationalen Zahlen jeweils Vektorräume als Struktur erkennen. In der Schule werden hingegen vor allem zwei Vektorkonzepte behandelt, die eng miteinander zusammenhängen. Vektoren als Mengen, wenn man genau ist, eigentlich als Äquivalenzklassen von parallel gleichen Pfeilen oder Vektoren als N-Tupel, meist im Wesentlichen als Zahlenpaare bzw. Zahlentrippel, die vornehmlich als Koordinaten zur Beschreibung geometrischer Objekte genutzt werden. Der Unterschied zwischen Schule und Hochschule besteht vor allem darin, dass unterschiedliche Ebenen des Begriffsverständnisses angesprochen sind. Pfeilklassen und Koordinatenmodell bewegen sich im Rahmen des inhaltlichen Begriffsverständnisses. Axiomatische Charakterisierung von Vektorräumen hingegen auf der Ebene des formalen Begriffsverständnisses. Ein Problem ist das vor allem dann, wenn sich weder die eine noch die andere Institution um die Ebene genau dazwischen, also das integrierte Begriffsverständnis, bemüht. Ich komme darauf noch zurück. Ein wichtiges Element eines solchen Begriffsverständnisses sei vorweggenommen. Man müsste auch in der Schule zumindest qualitativ erkennen, dass Pfeilklassen und Koordinaten isomorphe Strukturen sind. Dass also zwischen Objekten eine eindeutige Zuordnung bestehen und die Rechenoperationen jeweils auch passen, also zu gleichen Ergebnissen führen und auch gleichen Rechengesetzen gerorchen. Schließlich sei noch festgehalten, dass sowohl der AHS-Lehrplan als auch die Vorgaben für die AHS-Zentralmatura davon ausgehen, dass Lernende unter Vektoren auch Zahlentupel und auch in nicht-geometrischen Kontexten verstehen und diese dort anwenden können. Irgendwas mit frei verschiebbaren Pfeilen reicht also sicher noch nicht als Vektorkonzept in der Oberstufe aus. Wir machen jetzt mal eine didaktische Inversion und beginnen mit dem Ende, dem formalen Begriffsverständnis. Wir arbeiten uns dann langsam zum intuitiven Begriffsverständnis bzw. auch zum Unverständnis vor bzw. zurück. Ohne alte oder noch junge Wunden aufreißen zu wollen, so oder so ähnlich sollten Sie in linearer Algebra einen Vektorraum kennengelernt haben. Jede Menge, auf der man eine Addition als innere Verknüpfung und eine Multiplikation mit Elementen eines Körpers, das sind meist die reellen Zahlen, sinnvoll definieren kann, stellt dann einen Vektorraum dar. Und zwar genau dann, wenn jeweils die unter 1 und 2 genannten Rechenregeln für die Rechenoperation gelten. Man beachte, innere Multiplikationen, also etwa das Skalarprodukt oder das Kreuzprodukt, sind dann Dinge, die Sie zwar aus der Geometrie kennen, die aber nicht in jedem Vektorraum überhaupt sinnvoll festgelegt werden können. Der Anschauungsraum hat hier zwar einmal historisch Pate für den Begriff Vektorraum gestanden, die Mathematikerinnen und Mathematiker haben das aber so weit verallgemeinert, dass jetzt eben auch eine ganze Reihe anderer Mengen als Vektorraum auftauchen können und in diesen gibt es gar nicht immer sinnvoll Skalarprodukte oder Vektorprodukte. Pfeilklassen in der Ebene oder Zahlenpaare reeller Zahlen sind dann zwei Modelle vom Vektorräumen, die zunächst mal gar nichts miteinander zu tun haben. In dem einen Vektorraum, Pfeilklassen, ist ein Vektor eine Äquivalenzklasse von parallel gleichen Pfeilen, also eine Zusammenfassung und endlich viele Einzelfeile zu einem neuen Objekt. Im anderen Raum, gemäß dem Koordinatenmodell, ist ein Vektor genau ein Zahlenpaare reeller Zahlen. Da brauchen wir also keine Mengen zusammenzufassen, nur die beiden Zahlen, die da in der Klammer stehen. In dem einen Raum Pfeilklassen sind Addition und Multiplikation mit einem Skalar, also einer reellen Zahl, als geometrische Operationen repräsentantenabhängig definiert, dadurch, dass man da etwa die Pfeile zusammenhängt oder dadurch, dass man den Pfeil in die Länge zieht. Dadurch werden dann einige etwas aufwendige Beweise nötig, wenn es um die Frage der Wohldefiniertheit dieser Operationen und die Rechengesetze geht. In dem anderen Raum, Koordinatenmodell, sind die Rechenoperationen komponentenweise definiert. Die Rechengesetze vererben sich daher in natürlicher Weise von den reellen Zahlen. Weil wir hier keine Äquivalenzklassen haben, sondern wirklich ein einzelnes Zahlenpaar jeweils auch ein Vektor ist, sind die Beweise allesamt deutlich einfacher, weil wir uns nie um die Frage der Repräsentantenabhängigkeit Gedanken machen müssen. Der eigentliche Witz an Vektoren in der analytischen Geometrie ist jetzt natürlich dann doch wieder der Zusammenhang zwischen den beiden Räumen, den man Isomorphie nennt. Man kann zwischen den Vektoren in beiden Räumen bijektiv zuordnen, dann stimmen auch jeweils die Ergebnisse der Rechenoperationen überein, wenn man das wieder zurückübersetzt. Das ist für die Geometrie dann spannend, weil wir die aufwendigen und, wenn wir sie zeichnerisch durchführen, nur approximativ durchführbaren geometrischen Operationen auf Operationen mit Zahlen bzw. Variablen-Tuppel zurückführen können. Und die lassen sich eben in der Regel einfacher und meist auch genauer durchführen. Rein mathematisch gesehen ist es auch gehopst wie gesprungen, ob man erst das eine Modell, also die Pfeilklassen, oder erst das andere, also die Koordinaten, kennenlernt. Wichtig ist die Verknüpfung zwischen beiden Räumen. Didaktisch ist die Sache aber etwas komplizierter. Führt man Vektoren als Äquivalenzklassen parallelgleicher Pfeile ein, sagt also ein Vektor ist eine Äquivalenzklasse parallelgleicher Pfeile, so sind diese Mengen unendlich vieler Pfeile die eigentlichen Objekte, auf denen man dann auch die Rechenoperationen definieren sollte und die Rechengesetze zu erarbeiten wären. Koordinatenpaare sind dann Darstellungen dieser Objekte, bei denen man sich zurückversichert, dass es analoge Rechengesetze auf ihnen gibt. Will man mit diesen Vektoren so in die analytische Geometrie einführen, besteht eine gewisse Herausforderung darin, wie man jetzt eigentlich mit den Punkten umgeht. In der Schule passiert dies oft mit Ortspfeilen oder Stützvektoren. Das sind dann aber Einzelfeile, die am Ursprung festpappen und eigentlich keine Pfeilklassen sind. In der Pflichtlektüre wird auf diese Problematik noch etwas genauer eingegangen. Im anderen Fall haben wir Zahlenpaare oder Tripl als Vektoren. Man sagt also ein Vektor ist ein Zahlenpaar oder allgemein ein Vektor ist ein N-Tupel von Zahlen. Das sind dann die eigentlichen Objekte. Man kann diese als Punkte oder Pfeile in ein Koordinatensystem eintragen. Die Pfeile oder Punkte sind dann aber die Darstellung von Vektoren und eben nicht die Vektoren selbst. Auch das ist nicht ohne Probleme, weil es zum Beispiel zunächst eigentlich keinen Sinn ergibt zu sagen, zwei Vektoren wären parallel oder normal zueinander. Man müsste eigentlich dann immer sagen, stellt man die Vektoren als Pfeile dar, dann sind die entsprechenden Pfeile auf jeden Fall parallel oder normal. So präzise kann im Unterricht aber pragmatisch nicht immer geredet und gedacht werden. Wir sollten zumindest daran erinnern, woher die Punkte eigentlich kommen bzw. wie zwischen Punkten, Pfeilklassen und Koordinaten Identifizierung ermöglicht werden. Das hatten wir schon in der Schulmathematik lineare Algebra, deswegen mache ich das jetzt relativ fix. Wir haben dazu nämlich den affinen Punktraum eingefügt. Wenn Sie das noch nicht kennen oder sich nicht mehr so gut erinnern, im Grunde genommen legen wir da nicht viel mehr fest als entlang eines Nullpfeils zu laufen oder etwas um einen Nullpfeil zu verschieben, bedeutet sich nicht vorzubewegen oder etwas nicht verschieben. Dann noch, dass man von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt auch durch einen Pfeil bzw. eine Verschiebung um diesen Pfeil wirklich hinkommen muss und dass es schließlich egal ist, wo man auf dem Weg zwischen drei Punkten einen Zwischenstopp einlegt. Jetzt können wir Koordinaten und Pfeilklassen verbinden. Wir wählen einen Punkt, den Ursprung und zwei bzw. wenn wir im Raum sind, dann drei linear unabhängige Vektoren, die sogenannten Basisvektoren aus. Vektoren erhalten dann, alle anderen Vektoren, um genau zu sein, erhalten dann ihre Koordinaten als Koeffizienten der Linearkombination aus diesen Basisvektoren. Punkte erhalten sie über die Linearkombination eines aus den Basisvektoren bestehenden Vektorzugs, der vom Ursprung zum Punkt führt. Wenn man später durch Koordinatenberechnungen geometrische Probleme lösen will, wäre es jetzt ziemlich dumm, wenn die Auswahl von Ursprung und Basisvektoren einen Einfluss auf die geometrische Rückübersetzung der Rechenergebnisse hätte. Wenn Sie sich das dieser Folie zugrunde liegende GeoGebra-Arbeitsblatt etwas näher ansehen, werden Sie aber feststellen, dass eben gerade dem nicht so ist. In diesem Parallelogramm zum Beispiel haben parallele und gleichlange Pfeile auch immer dieselbe Vektordarstellung in Koordinaten. Und der Summenvektor aus AB plus BC ergibt immer AC, auch in den Koordinaten, egal wohin Sie O verschieben oder welchen Winkel Sie zwischen den Basisvektoren wählen oder wie lang diese Basisvektoren sind und ob sie gleich lang sind. Nun werden Sie in der Schule wohl nur kathesische Koordinatensysteme behandeln, also die Basisvektoren bzw. die Skalen auf den Achsen sind genau äquidistant und Sie haben einen Winkel von 90 Grad dazwischen. Auch dort sollte aber zur Sprache kommen, dass man in der Wahl eines Koordinatensystems alle Freiheiten nutzen kann, die der Lehrer einem gibt. Leider gibt es in Schulbüchern eher wenig Aufgaben, die die Lernenden selbst ein geeignetes Koordinatensystem auswählen lassen. Das wäre aber wichtig, wenn die da wären, weil dann würde man Verständnis dafür kriegen, dass man in der analytischen Geometrie die Koordinatisierung nicht irgendwie macht, so dass es dem Schüler möglichst schwer fällt, sondern dass man das sich immer so hinlegt, dass es eben möglichst einfach ist. Alles andere ist letztlich Schülerquälerei. Warum plädieren einige Didaktikerinnen und Didaktiker, unter Ihnen ich, aber dafür, mit den Vektoren als Zahlentupeln anzufangen und nicht, wie wir das in der Schulmathematik gemacht haben, mit den Pfeilklassen. Ein Argument haben wir schon kennengelernt. Man vermeidet die Äquivalenzklassen und hat es dann bei den Rechenregeln und Gesetzen auch einfacher. Gegen dieses Argument wird bisweilen eingewendet. In der Physik benötige man aber eben Vektoren als Pfeilklassen, beziehungsweise würde man dort jedenfalls schon mit Kräften als gerichteten Größen arbeiten. Und da wären eh schon Pfeile im Spiel, dann könnte man das auch gleich weiter benutzen. Das ist die halbe Wahrheit. Denn Kräftefeile in der Physik kann man zwar durch Vektoren ausdrücken, frei verschiebbar sind die zugehörigen Kräftefeile aber in der Regel nicht. Der Angriffspunkt ist hier sehr wohl entscheidend. Pfeile, beziehungsweise Menge gleichlanger Pfeile, spielen außerdem schon recht früh in der Arithmetik eine Rolle, zumindest wenn der Lehrer das will. Man muss auf jeden Fall lernen, dass die Zahl 5 nicht nur ein Punkt am Zahlenstrahl ist, sondern auch den Unterschied von zwei Zahlen beschreiben kann. Also wenn Sie so wollen, ein fünf Einheiten langer Pfeil entlang des Zahlenstrahls. Und zwar im Grunde jeder fünf Einheiten lange Pfeil entlang des Zahlenstrahls stellt die Zahl 5 dar. Also auch wieder unendlich viele Pfeile, eine Zahl. Wenn Sie mir aufmerksam zugehört haben, haben Sie aber schon den Haken an der Sache mitbekommen. In der Arithmetik betrachtet man in natürlicher Weise die Zahlen als die Objekte. Punkte und Pfeile sind dann nur eine Darstellung unter vielen. Es ist also genau umgekehrt, wie es beim Pfeilklassenmodell ist, wo man die Pfeilklassen als die Objekte und die Zahlen bzw. Zahlenpaare und Zahlen-Triple dann nur als Darstellung denkt. Und das sieht dann bei den negativen Zahlen in der Unterstufe eben auch nicht anders aus. Pfeilmodelle dienen hier, wenn Sie die überhaupt einsetzen, als Darstellung, nicht als Objekte, für deren Beschreibung man nun neue Zahlen bräuchte. Selbst wenn das hier in diesem Bild auf der Folie suggeriert wird, wir bräuchten negative Zahlen, um diesen silly walk des Menschen da zu modellieren, muss man doch so ehrlich sein, sich einzugestehen, dass es genau andersherum ist. Die Schrittfolge, die hier dargestellt ist, ist einfach nur eine Einkleidung für das Rechnen mit den Zahlen, die die eigentlichen Objekte sind. Schließlich kann man für das Koordinatenmodell ins Feld führen, ebenfalls bereits seit der ersten Klasse Volksschule intuitiv genutzt zu werden. Auch die Felderbezeichnung beim Schiffe versenken oder am Schachbrett wären intuitive Vorerfahrungen zu koordinat. Jetzt mögen Sie einwenden, ach Herr Fohns, das wird doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Irgendwas bekommen die Schülerinnen und Schüler schon irgendwie mit, egal welches Modell ich unterrichte. Sag ich, mag schon stimmen, aber die Schwierigkeiten in diesem Bereich sind eben auch ganz gut dokumentiert. Wir gehen jetzt nicht allesamt systematisch durch, aber wir schauen uns mal ein paar eindrückliche Beispiele aus verschiedenen Interviews von Günther Malle an. Erschreckend vieles davon könnte so leider auch aus mündlichen Prüfungen zur Schulmathematik lineare Algebra stammen, was wohl kein gutes Zeugnis für die Verständnisförderung, die sie in Schule wie in Uni-Vorlesungen genossen haben, darstellt. Hier zunächst der Klassiker. Ein Vektor wird von der Schülerin, die hier interviewt wird, nicht als Menge von Pfeilen verstanden, sondern als einzelner Pfeil. Lesen Sie mal die linke Seite. Das ist natürlich spätestens dann ein Problem, wenn man zeigen soll, dass zwei Vektoren gleich sind, worum es auf der rechten Seite geht. Es kann auch schwierig sein, wenn Sie etwa wie letztes Jahr bei der Zentralmatura irgendwo einen Summenvektor sehen oder hinzeichnen sollen, am Blatt aber an der richtigen Stelle dafür der Platz fehlt und man sich dann erinnern muss, dass ja im Prinzip auch jede andere parallel gleiche Pfeil passen würde. Hier haben wir dasselbe Problem noch mal mit einem männlichen Schüler in zwei etwas anderen Varianten. Vier Pfeile sind nur dann ein Vektor, wenn man sie schön brav aneinander hängt, beziehungsweise die Seitenvektoren eines Parallelogramms sind eben nicht gleich, sondern nur gleich lang und parallel. Also Achtung, das bitte jetzt nicht merken, denn das ist beides so nicht richtig. Dieses Schülerproblem hier überrascht nicht wirklich. Wenn man sich unter Vektoren nur oder vorwiegend Pfeile und Pfeilklassen denkt, ist man bei solchen zugegebenermaßen auch etwas künstlichen Beispielen, wo es um Anwendungskontexte geht, in denen Pfeile eigentlich keine Rolle spielen, völlig aufgeschmissen. Da werden halt irgendwie die Pfeile hingemalt. Endgültig abgeschaltet wird das Verständnis dann bisweilen bei den Vektorgleichungen, zum Beispiel den Vektorgleichungen für Graden. Das Beispiel hier war für uns, also meinen Kollegen Kaduns, mich und auch für den Kollegen Heuberger, immer so eine Art Lackmustest in den Prüfungen zur Schulmathematik lineare Algebra. Wer da als Lehrperson nicht mehr zusammenbringt als die hier interviewte Schülerin oder der hier interviewte Schüler, um es ganz genderneutral zu machen, der hat eindeutig noch fachlichen Nachholbedarf. Viel Verständnis scheint die Vektorgeometrie bei den interviewten Lernenden hier jedenfalls nicht hinterlassen zu haben. Machen wir hier einen Schnitt. Wie kann man denn nun Vektoren als Zahlenpaare einführen und dann trotzdem ordentlich für die analytische Geometrie nutzbar machen? Schauen wir mal direkt an der Quelle. Günter Malle hat diesen Zugang in den 1980er Jahren gemeinsam mit seinen österreichischen Kollegen Heinrich Bürger, Roland Fischer und Hans Christian Reichel ausgearbeitet und er ist ihm in vielen Versionen seiner Schulbuchreihe bis heute treu geblieben. Malle motiviert hier Zahlenpaare unmittelbar nicht nur als Koordinaten, sondern auch als Listen von Daten, etwa als Listen von Stückzahlen oder als Listen von Einnahmen, Taschengeld. Er motiviert dann die Rechenoperationen durch Überlegungen in den außermathematischen Kontexten, die zunächst gar nichts mit Geometrie zu tun haben. Die Rechenoperationen sind für diese außermathematischen Kontexte auch recht suggestiv, aber es würde sich wahrscheinlich niemand Rechenoperationen für Listen überlegen, die nur genau zwei Positionen haben. Wenn man dann aber Stücklisten mit ein paar tausend Posten hat, dann ist man schon ganz froh, wenn die Tabellenkalkulationen, die auch als Listen addieren und sonst wie miteinander verrechnen kann und nicht nur einzeln und zeilenweise, wo man dann immer runterziehen muss oder das sogar einzeln eingeben. Beziehungsweise hätte man dann auch irgendwann ganz gerne Matrizenrechnungen, aber die bleiben hier erstmal außen vor. Bei Malle kommt dann sogar noch das Standard-Skalarprodukt, bevor er wieder zurück zu den Koordinaten, also zur Geometrie kommt. Das skippen wir heute aber mal. Hier steht jetzt die qualitative Erarbeitung der Isomorphie an. Man überlegt sich, wie man Koordinatenpaare geometrisch darstellen kann, beziehungsweise eigentlich überlegt man sich, dass man Zahlenpaare als Koordinatenpaare dreuten kann und dass man damit Punkte und in gewissem Sinn eben auch Pfeile darstellen kann. Wobei ein Koordinatenpaar einen Pfeil eben nur hinsichtlich seiner Länge und Richtung festlegt, aber nicht hinsichtlich der Lage am Zeichenblatt. Da weist die Maus jetzt keinen Faden ab. Auch im Koordinatenmodell ist einem Koordinatenpaar immer eine Menge gleich langer, paralleler und gleichorientierter Pfeile zugeordnet. Oder jedenfalls sind ihr unendlich viele gleich lange, parallele und gleichorientierte Pfeile zugeordnet. Der Unterschied ist aber, dass Malle eben nicht will, dass man sich diese Menge unter einem Vektor direkt vorstellt, sondern man soll sich unter einem Vektor ein einzelnes Zahlenpaar vorstellen, das man dann eben auf verschiedene, ja sogar unendlich viele Weisen als Pfeile darstellen kann. Damit Sie sehen, dass das keine österreichische Insellösung ist. Thomas Jahnke macht das in seinem Schulbuch für Bayern, im Übrigen auch in dem für Berlin-Brandenburg, im Prinzip ganz genauso. Nur halt direkt im Raum, weil es halt Bayern, da halten die sich mit der Ebene nicht erst lange auf. Ja, um ehrlich zu sein, das liegt einfach daran, da wird der Vektorbegriff später eingeführt und dann macht man das eben gleich für R2 und R3 zusammen oder fängt sogar direkt mit dem R3 an. Vektor ist auch hier das Zahlenpaar. Punkte oder Pfeile sind dann Darstellungen, wobei hier zunächst mal mit den Punkten angefangen wird, die Pfeile kommen dann erst ein bisschen später. Was Jahnke sich bzw. den Lernenden jetzt nicht gibt, sind die etwas gekünstelten Anwendungsbeispiele vorneweg. Das ist aber auch irgendwie Geschmackssache. Wenn Sie sich danach eh nur noch Vektoren in der Geometrie anschauen, vergessen Sie, das mit den Stücklisten und diesen Preislisten in der Regel ohnehin recht rasch wieder. Konsequent auf Pfeilklassen setzt noch heute das sehr traditionsreiche Lehrwerk von Bigalke und Köhler. Motiviert wird die Pfeilklasse ja als Translation bzw. Verschiebung. Bei Verschiebungen ist die Vorstellung, dass man also frei verschiebbare, im Prinzip gleichwertige Verschiebungspfeile hat, sehr naheliegend. Der kleine Haken ist hier, Verschiebungen oder Translationen sind sogar in Bayern mittlerweile aus dem Lehrplan der S1 herausgeflogen. Das heißt, diese intuitiven Vorerfahrungen, die man da früher hatte mit den Pfeilen als Verschiebungspfeile, an die man dann anschließen könnte in der Sekt 2, die sind jetzt auch eher nicht mehr vorhanden. Am äußersten Rand des Spektrums bewegt sich dann diese, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich dazu Definition sagen soll, also Definition in ganz dicken Gänsefüßchen von Vektoren. Hier wird zwanghaft versucht, bloß nicht von Pfeilklassen zu reden. Jetzt so das Leben des Brein mäßig. Er hat Pfeilklassen gesagt, er hat Pfeilklassen gesagt. Das soll hier vermieden werden. Dadurch wird die Sache aber nicht wirklich einfacher. Malle hat festgestellt, dass viele Schulbücher, Vektoren zwar zunächst in ähnlicher Weise als Menge zueinander paralleler, gleichlanger und gleichorientierter Pfeile definieren, nur um dann eine Seite später unmittelbar Koordinaten einzuführen, auf denen dann auch die Rechenoperationen definiert werden und wo dann nie wieder von den Mengen von Pfeilen die Rede ist. Das ist aber geschummelt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir ziehen jetzt ein Zwischenfazit. In der nächsten Lektion bzw. im neuen Jahr geht es dann weiter. Das Pfeilklassenmodell ist zunächst näher an Anwendungen der analytischen Geometrie, wobei man das auch wieder relativieren kann, weil auch dort denkt man vielleicht noch an frei verschiebbare Pfeile, aber eher nicht an unendliche Pfeilmengen. Der große Nachteil ist, Begriffsbildung, Rechenoperationen und Gesetze sind hier viel mühsamer, weil man eben mit Äquivalenzklassen arbeitet und mit Repräsentanten sich herumschlagen muss. Weshalb viele Schulbücher dann in dieser Weise, wie ich das vorhin erklärt habe, mogeln und einfach auf halbem Weg direkt ins Koordinatenmodell wechseln. Man kann auch gleich damit anfangen. Wie Sie in Schulmathematik lineare Algebra erfahren konnten, kann man in diesem Modell tatsächlich, wenn man sich Zeit und Mühe gibt, bis zur Ebene des formalen Begriffsverständnisses, also der Einbettung in die Vektorraumstruktur, wie Sie die in der linearen Algebra 1 kennenlernen, vordringen. Und man kann über den affinen Punktraum auch die Isomorphie zum Koordinatenraum ganz formal herleiten. Die schulische Erfahrung lehrt aber, dass das mit Jugendlichen in der 9. 10. Klasse nicht wirklich gut funktioniert. Da hat man in den 70er Jahren mal Versuche gemacht, da Verständnisvakuum sei ja immer nur. Das ist auch eher überambitioniert. Deshalb ist der Vorteil, der hier steht, eigentlich eher von theoretischer Natur. Zahlenpaare bzw. Triple im Sinne des Koordinatenmodells als Vektoren aufzufassen, hätte demgegenüber schon mal den Vorteil, leichter einen Weg zu außergeometrischen Anwendungen zu ebnen. Dem steht dann wieder in gewisser Weise der aktuelle Lehrplan der AHS im Wege, denn in Anwendungen braucht man sehr bald mehr als zwei Komponenten, also den R4, R5 oder Rn mit endlichen N. Und man braucht eigentlich auch mehr als Vektorrechnung, weil ohne Matrizen steht man dann sehr bald an bei sehr vielen Fragestellungen. Die sind aber wenigstens in der AHS wieder kein Kernlehrstoff, also wird das auch schwierig. Es bleibt der Vorteil, dass die Begriffsbildung und die Rechenoperationen und Gesetze hier sehr viel leichter einzuführen sind. Die beiden hier dann auf der Folie noch genannten Nachteile sind dann wieder eher strukturell theoretischer Natur. Wenn Sie die Isomorphie zwischen den beiden Räumen, Pfeilklassen, Koordinaten haben wollen, kommen Sie natürlich irgendwann nicht an Pfeilklassen vorbei. Aber vielleicht ist der richtige Zeitpunkt für diesen Übergang, ja für diesen Übergang im Sinne der Isomorphie auch wirklich nicht die neunte, zehnte Klasse, sondern eher das erste Semester eines einschlägigen Studiums. Und damit sind wir für heute am Ende. Falls Sie brav gestrebert haben und das Video noch vor Weihnachten angeschaut, wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten. Ansonsten hoffe ich, dass Sie die weihnachtliche Aufmachung nicht zu sehr irritiert hat und unabhängig vom Zuschauerzeitpunkt, jetzt gibt es wieder das Quiz und den Abspann und ich sage auf Wiederschauen in 2018. Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020